Also, ein paar von euch haben es ja schon sehr weitermit gehört. Aber ich nehme nicht an, dass alle von euch nicht mehr kennt. Was man vielleicht immer so wenigstens kennt, ist so Leute, die einfach so beschambieren, mit dem Ball zu kicken. Sie haben endlich mit dem Fussball, die in ihrer Ball ist aufgehoben. Aber wenn man das kennt, dann sind sie ja langweilig. Ich könnte jetzt auch ewig so weitermachen. Es ist nicht so spannend. Und dann haben die, die das alles gemacht haben, angefangen, Tricks zu besuchen. Und zum Beispiel der einfachste Trick, der es gibt, ist aufschliessen, einmal tun wir die Pfanne. Das sieht so einfach aus. Aber ich habe es jetzt auch schon oft geübt. Darum ist es auch. Und wenn es genug geübt, kann man dann zwei Mal hin, um kurz zu machen. Und jetzt, heute gibt es schon etwa 30'000 verschiedene Tricks. Also es gibt unendlich viele Tricks. Und dann können alle aneinander drehen. Und jetzt denke ich auch mal, das ist schon ein bisschen wie ausgesieht, wenn man schlossig Jahre ehrt. Vielen Dank.